Hallo Leute, weiter geht's bei Zag und Wiki. Äh, ich möchte mal hören, ob wir irgendwelche Gerüchte oder so haben. Verschwindet das, äh, der Stern vom Bildschirm. Zeig, mit der Wifahrung. Ja, das ist jetzt ein Hinweis? Das ist ja spaßig. Bist du noch irgendwas, Johnny? Aha. Ja, ne, das sieht jetzt halt nicht sonderlich gut aus. Aber hey, was soll ich machen? Wenn's Spiel nicht funktioniert, dann funktioniert's nicht. Okay, Vulkanhöhle abgeschlossen. Ich nehme an, jetzt kommt das letzte Gebiet. Vielleicht kommt noch eines im Wasser, aber ich glaube nicht. Oh, au. Luftschiff. Operation Eroberung. Ah, so viele Stufen wieder. Egal, wir versuchen's. Wir versuchen's. Wie gesagt, letzte Mission. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, ich gebe's ja zu. Aber, der Schluss, äh, kann man auch ein bisschen im Spiel vorhalten, ja. Oh, jetzt müssen wir hier drin rumsneaken irgendwie, ne? Ziemlich cool. Okay, wir sind draussen. Okay, das könnte interessant werden. Weiter. Nach hinten kann ich nicht. Okay, Ventilator, mit dem kann ich nichts machen. Äh, grosse Öffnung. Kann ich nichts machen? Kann ich da rüber gehen? Nein. Das Rose-Symbol. Wir machen hier halt mal auf. Alter, kann ich nach unten gehen? Erstmal nach unten, glaube ich. Ähm. Ja, pass auf. Oh, tut, 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 tut. Die fährt bestimmt noch rum, so, oder? Kann ich da rüber? Ich wollte ja nur wissen, okay? Oh, Gott. Ich wollte ja nur wissen. Shit. Ja, nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Shit. Ich dachte, er sagt irgendwas dazu. Aber nee, er springt einfach in den, in den Rotor rein. Das finde ich gut. Okay, dann nach unten bringt uns scheinbar relativ wenig. Äh, bewegt dich. Machen wir auf. Mach auf da. So. Runter. Klappe geöffnet. Gut gemacht, Boss. Darin könnte ich sie auch gleich wieder schliessen. Könnte ich, oder? Passiert hier was anderes. Huch. Okay. Ja, nee, ich bekam keine Punkte, deswegen lasse ich's, glaube ich. Deswegen, glaube ich, ist es falsch. Gehen wir weiter. Flugzeug. Äh. An. An. Äh, an. Klappt nicht. Warum nicht? Klappt nicht. Ist sonst noch was? Nee. Aber das da? Warum startet der nicht? Ah, jetzt. Kann ich jetzt einfach flüchten? Ich glaube auf die Karte, nee. Was? Oh, ich bin draußen. Ähm. Check, was ist mit der Karte? Oh. Hehehe. Oh, das ist so dumm. Okay, das ist aber cool. Das ist aber cool. Ich glaube, die Motoren zu starten, ist gar nicht mal so verkehrt. Ich nehme an, wir müssen dann flüchten. Das ist eine gute Idee, ja. Wir lassen den Motor einfach laufen. Okay, ja, das ist ein Plan. Das war jetzt super cool. Naja, wir sind zwar weg, aber hey, was mit der Karte, ne? Achso, ja, klar. Deswegen waren wir ja da. Ich könnte auch direkt... ...gegen diese Metalltür da knallen mit dem Flugzeug. Könnte ich halt. Ja, wie gesagt, ich möchte das Ding starten. Ich möchte das Ding starten. So, komm. Spring an. So. Das Ding läuft schon mal. Äh. Da unten sind Wächter. Ich nehme an, da kann ich nicht hingehen. Da unten sind Frosch. Kann ich da runter? Ne, will er nicht. Da unten ist der Frosch. Und da unten ist Captain Rose. Patrouilliert selbstständig. Dann kann ich halt nur da durch die Tür durch. Nein, nicht das Flugzeug. Nicht schon wieder. Äh. Okay. Aufzug. Aber da durch die Falltür kann ich ja nicht, scheinbar. Ich bin jetzt hier. Hm. Zurück. Da unten ist Ruth. Ich nehme an, ich möchte nach ganz unten. Weil hier stehen die Wachen. Da pennt einer. Ja, ich glaube, ich gehe ganz nach unten. Würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten würde ich mich sofort erwischen, denke ich. Da möchte ich auch noch rein. Was haben wir hier? Ich könnte was abwerfen. Ich lasse ich mir zuerst den. Oh oh. Okay, ich dachte, der pennt. Ich dachte, der hört mich nicht. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Muss man halt alles lernen. Äh. Ja, irgendwie davon vorn zu beginnen, ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber hey, was soll ich machen? Viel Zeit verschwendet haben wir bisher nicht. Eigentlich. Es geht eigentlich immer relativ schnell, wenn man weiß, was tun. Trotzdem, so, ne. So mit der Zeit. Besonders wenn man merkt, dass das Spiel nicht immer so funktioniert, wie es soll. Das ist ein bisschen nervig. So. Geh jetzt da rein. Gehst du da rein jetzt? So. Weiter, weiter, weiter. Da können wir nichts tun. Dann starten wir hier mal die Maschine. Komm schon. Sehr gut. Dann gehen wir zum Aufzug. Hm, okay. Ne, ich dachte jetzt ernsthaft, ich könne den Typen da direkt verwandeln und einen Gegner loswerden, aber ist ja gut. Ging halt nicht. So, nach unten. Wie komme ich da in die Mitte rein? Ich darf die Tür nicht betreten. Vielleicht kann ich aber die Fässer... Nee, Fässer kann ich nicht. Hm. Verwägt dich. Kann ich da nach unten? Nein. Ich kann nur hier irgendwas tun. Bomben abwerfen. Aha. Ich sehe schon. Die Tür würde zu viel leer machen, deswegen kann ich hier unten durchklettern. Wie das aussieht. Halt dich gut fest, Zack, ja? Huch da. Da direkt bimmeln. Kann ich jetzt schon bimmeln? Nee. Okay. Aufmachen. Was? Wohin? Hä? Äh. Verstehe ich nicht, wie ich das jetzt hätte machen sollen. Okay. Leg dich jetzt hier schlafen, bitte. Kann ich bimmeln? Nee. Ja, toll, ne? Ich hätte das jetzt bestimmt leise machen müssen. Schläft jetzt wieder ein? Weiss ich nicht. Ich wusste halt nicht genau, was das jetzt soll. Kann ich da wieder hochgehen, trotz diesen Teilen da? Ja, müsste ich. Dann schläft er jetzt wieder. Nee, jetzt ist er wach. Geh mal das hier aus. Vielleicht stört ihn ja das Geräusch oder so. Nee, er ist wach. Ich hätte das irgendwie leise machen müssen, aber ich habe nicht ganz verstanden, was ich soll. Ehrlich gesagt. Okay, dann das Ganze nochmal. Vielleicht ist er auch überrascht von mir. Ja, nee, klappt nicht. Ich hätte das Teil irgendwie, ich weiß nicht, sanft wegmachen sollen, aber wie gesagt, Wiimote hat irgendwie nicht das gemacht, was ich will. Ich meine, wie soll ich da auch leise durchkommen? Man kann das nur aufmachen oder halt zulassen. Versteht ihr? Ich verstehe es nicht. So, mach auf da. Da. So halten, da. Zack, weiter öffnen. Wir kommen immer einen Meter weiter. Äh, da. Immer einen Meter weiter. So, dann da einsteigen bitte. Da, das hier. Anmachen. Die Maschine läuft. Und zum Aufzug gehen. Bisschen schneller vielleicht. Weiter hoch können wir nicht. Nee, da ist das Ende Gelände. Okay, dann jetzt hier nach unten. Ich wette, wenn ich jetzt so ein Orakel-Dingens rufen würde. Ja, sei ein bisschen still, ne. Ansonsten könnte ich die Wache hören. Aber wie ich still bin, das wird mir natürlich nicht gesagt. So, das. Wiimote so halten und runter. Wie mache ich das Teil auf? Wie mache ich das Teil auf? Ja, hoch. So halten. Ganz vorsichtig wegmachen. Hä? Ich weiss nicht, wo ich damit hin soll. Ich mach was, aber ich möchte mich nicht laut bewegen. Hä? Ich sehe, es passiert irgendwie nicht viel. Muss ich es irgendwie neigen oder so? Oder nach links werfen vielleicht. Es passiert gar nichts. Was? Ich? Das geht ja nicht. Was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Seht ihr? Genau das ist das Problem. Weil die Steuerung hat nicht so richtig funktioniert. Ich möchte das sanft weglegen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich gehe nochmal nach oben. Dann schläft der Typ ja wieder ein. Ja, das ist wieder ein bisschen doof. Ja, die Maschine, sie rattert, ja. Was, da war doch gerade was. Ja, leid, aber ich kann da nicht nach unten. Lass mich mal ein bisschen Überblick bekommen. Ja, der Typ ist jetzt wach. Ja, aber... War auch nicht so schnell. Da ist die Karte auf jeden Fall. Ja, nee, der ist jetzt sehr wach. Ich kann es gleich wieder vergessen. Wir versuchen es noch ein letztes Mal, okay? Dann, dann... Ich muss wieder nachlesen, wie das genau vom Spiel gedacht ist. Weil... Ne? Ich kann nicht mehr als ganz, ganz sanft mit der Wiimote ein bisschen mich bewegen. Äh, gehst du mal da lang. Viele solche Dinge meine ich. Das nervt dann einfach nur. Ich sehe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, was ich hier jetzt tun könnte. Weil... Ja, ich kann nicht mehr als da reingehen und nach unten fahren. Mehr kann ich nicht. Ich habe keine andere Option. Das nervt ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, wenn der mich jetzt sieht, und ich so ein Ticket einlöse, ähm, werde ich wieder unten auf der Leite gespawnt. Aber der Typ ist dann, äh, bereits wach. Deswegen werden mir das alles nichts bringen. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen... Ja, das Ganze ist ein bisschen... Ne? Und solange ich fahre, kann ich nichts tun. Hm. Ja, hier ist klar. Wir überdrehen und dann noch so und dann ist gut. Aber... Wie ich da oben diese Luke leise aufmachen soll, ich... Ich verstehe es nicht. Ich weiss nicht, auf was ich zeigen muss, wo das soll. Ja, das ist alles ein bisschen... Ja, mehr kann ich hier auch nicht tun. Ich kann, äh, Wiki auch nicht läuten lassen. Gar nichts. So, das. Muss ich das so halten. Wie genau halten? So, ganz normal. Hä? Halt... Ja, so. Ja, aber... Ich bewege die Mimot, aber es passiert nichts. Was soll ich machen? Ihr... Ihr seht mein Problem. Ich muss sie jetzt sanft zur Seite machen. Aber es passiert nichts. Ich könnte ihn vielleicht damit treffen, aber... Ich schwenke jetzt auch mal nach links. Klappt nicht. Noch mal nach links schwenken. Klappt nicht. Wer... Was soll ich hier? Was soll ich hier? Was soll ich hier? Ich kann... Es passiert nichts. Ich bewege mich jetzt auch ganz langsam, damit ich das Teil nicht wieder werfe. Ja, aber... Was soll denn das? Hä? Was... Was... Was ist denn das Spiel von mir? Ich glaube, man kann das gar nicht anders öffnen, oder? Ja, aber... Ich verstehe es nicht. Ja, der ist jetzt wach. Der würde mich auf jeden Fall sehen. Also hier kann ich wieder nichts mehr tun. Den Fesseln kann ich nicht... Nicht, nicht... Geht nicht durch die Tür. Bist du denn wahnsinnig? Ach, mir ist das wieder aus. Hab ich's auch schon gemacht. Ja, aber... Was willst du das Spiel von mir? Ich muss nachlesen. Ernsthaft, das tut mir leid. Aber das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Das hier kann ich ja nicht öffnen. Nee, es geht nur von unten. Wenn ich die Kiste jetzt hier da ausmache... Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Wenn er jetzt nicht schläft, dann, wie gesagt, keine Ahnung. Oh, vielleicht die Glocke an der Tür. Weil jetzt hört er die Glocke. Sofort, er gepennt. Möglicherweise. Nein, nicht die Tür. Da. Himmel. Glocke geht sogar durch die Tür durch. Aber... Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Ja, nee. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Neustart. Ja, ey. Was soll ich machen? Ich verstehe es wirklich nicht. Verstehe es wirklich nicht. Ich kann nicht mehr als versuchen, aber es klappt ja nicht. Ja, das ist spaßig. Was ich mache jetzt, dieses Flugzeug hat man nicht an. Oder soll ich? Keine Ahnung. Doch, ich mache es. Es scheint ja richtig zu sein, irgendwie. Aber nein, vielleicht hat es dann keinen... keinen Saft mehr oder so. Das lassen wir. Oder, oder... Moment mal. Ich meine, wir sind uns einig. Es geht nur da unten weiter. Und ich kann das Teil scheinbar nicht lautlos öffnen. Ja, wartet, wartet, wartet. Ich plane da gerade was. Ja, mach weg da. Ne, scheinbar geht das Teil nur laut auf. Das bedeutet... Oh, wisst ihr, was das bedeuten kann? Moment. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal leise. Oder, oder... nach links zu werfen. Am besten. Und nach... Äh, hallo? Nach links. Geht nicht. Aber ich kriege ja sehr viele Punkte. Das muss stimmen. Oh. Oh. Wisst ihr was? Wenn das jetzt stimmt, ja, dann... Vielleicht fällt er jetzt durch die... Ne, doch nicht. Doch! Oh, doch! Aha! Aha! Okay, gut. Das... Das ist mein Fehler. Das Ding kann ich nicht mehr schliessen. Äh, geh mal. Weiter geht nicht. Doch, würde gehen. Will er aber nicht. Doch, will er. Äh, was ist das für eine Maschine hier? Oh, das ist doch draußen. Das ist das Ding, ne? Jetzt kann ich vielleicht auf den Flügel gehen. Ja, und jetzt komme ich denn da rein. Aha! 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 Was? Stunze da. Geht jetzt durch die Tür. Fällt. Nicht nach unten. Stellt das Ganze jetzt aber wieder an, nehme ich an. Und ich möchte was sehen können. Jetzt ist er da. Vielleicht hätte ich zuerst nach links gesollt. Gut, wenn er jetzt lange genug da steht, kann ich ja verschwinden. Theoretisch. Komm doch hoch! Mein Gott, dann geht das so nicht. Geh hoch. Geh doch da rüber. Mit Jut. Und hoch. Ob der jetzt das rechtzeitig einschaltet oder nicht, ist, äh, ein Problem. Vielleicht hätte ich jetzt ebenfalls das Ganze nochmal machen sollen. Wisst ihr, dass er da auch runterfällt? Wir werden es gleich sehen. Vermutlich startet er das Teil genau dann, wenn ich rüberspringen will. Wetten? Nee, das... Oh, das klappt. Oh, bimmeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt bin ich da. Der Typ da unten ist immer noch beschäftigt. Ähm, aha. Aha, da wäre ich hier entlang gekommen. Ja, das war diese Tür gewesen. Okay, das hätte uns aber nur semi-viel gebracht, nehme ich an. Was haben wir hier? Ganz viele Anzeigen. Die mir aber überhaupt nichts bringen. Was haben wir denn da? Ist das die Kanone oder was? Soll ich jetzt da hochgehen? Oh, oh. Okay, er macht das jetzt wieder an. Ich hoffe, er nimmt jetzt den Aufzug. Und wundert sich nicht, warum der Aufzug nicht mehr da ist. Okay, okay. Zurückweg ist aus. Ähm. Ist er noch da jetzt? Ich sehe nichts. Was denn? Oh, das war der Aufzug, ne? Ja, soll ich jetzt diesen Typen da mitnehmen? Den da. Lass ich ihn einfach da stehen. Ich denke, ich lasse ihn einfach da stehen. Hm. Bewege dich bitte. Danke. Kann ich doch die Tür durchgehen? Ja, müsste ich können. Okay. Dauert dir das sehr lange, was ich hier mache, aber... Spassig. Okay. Ich weiss jetzt nicht ganz, was ich da oben soll. Aber einen weiteren Weg habe ich nicht. Ihr seid wieder komplett, hoffe ich. Da ist die Bombe drin, die ich noch nicht erreichen kann. Wie könnte ich denn eigentlich... Oh, da durch diesen Raum könnte ich hochklettern und dann zur Bombe. Okay. So. Jetzt? Äh, ja. Das machen wir. Ich schieße jetzt irgendwas ab. Aber was? Das da? Was ist denn das da? Ha! Weil mehr haben wir, glaube ich, nicht. Kann ich sonst irgendwas zerstören? Äh, hoch. Ich glaube nicht. Okay. Äh, aussteigen bitte. Da rein kann ich jetzt. Oh, jetzt bin... Oh, shit. Oh, shit. Fall ich da runter? Ist die Frage. Okay. Okay. Hm. Dann fall ich da runter. Nein. Äh, Frosch, komm bitte her. Dann werde ich mal den Ventilator zerstören. Oder sie vielleicht. Nee, sie ist da ein bisschen falsch. Äh, nimm das Ding. Hier kann ich nicht, aber da kann ich. Da. Hehehe. Okay, auch der ist weg. Ja. Okay. Wie kann ich jetzt hier da rausgehen? Ach so. Ach so, hier. Ach so, klar. Ja, mach weg. Sehr clever. Okay, dann muss ich... ...wieder von unten weiter. Aber es geht ja von unten weiter. Weil Mitte ist immer noch tabu. Das ist eine coole Mission. Zu Beginn habe ich ein bisschen, ne... ...geschlafen. Aber da war es so offensichtlich, theoretisch. So, kurz nachsehen. Ist da drüben jetzt irgendeiner? Ah, nee, der sieht mich nicht. Die Maschine ausschalten will ich auch nicht mehr. Müssen wir jetzt einfach hier weitergehen können. Für den Fall der Fälle könnte ich auch irgendwo noch eine... ...ich höre überall Vögel. Eine Bombe könnte ich dann auch noch quasi... Okay, schnell da reingehen. Und den Typen verwandeln. Äh, verwandeln. Okay. Aber jetzt. Was mache ich hier drin? Jetzt bin ich hier, ja, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich musste riskieren. Ich sehe nicht ein, was ich sonst noch machen kann. Das ist der einzige neue Weg jetzt. Warum ist da offen? Ich glaube, ich muss auch ihr eben eine Bombe auf den Kopf schmeißen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht... Ähm... Ne, ihr wisst schon. Ihr in die Arme laufen. Außer, das muss man machen. Und man weiß es nicht, aber... Ja, was mache ich denn da? Moment, wie kann ich da nochmal... Achso, jetzt kann ich von überall hin. Weil... Die Luke ist ja jetzt offen. Nehme ich an. Und jetzt aus Versehen die zweite Taste drücken, ja. Kann ich hier die Bombe... Ich meine, aus irgendeinem Grund ist ja da ein Loch, ne? Aus irgendeinem Grund. Da hin. Abliegen. 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 Äh... Ich habe überlebt. Was gibt es denn da drin alles? Da, das ist die Karte, ne? Ja, ne, ich... Ich sehe keine andere Möglichkeit, als ihr jetzt in die Arme zu laufen. Vielleicht mit dem Frosch. Oder was mache ich mit diesen Idioten da? Vielleicht kann ich so ein Teil mir schnappen? Oder kann ich damit überhaupt Türen öffnen, ist die Frage. Äh... Gehen wir weiter. Vielleicht ist sie ja so dumm und denkt sich so... Äh, cool, das ist einer von meinen Männern. Hehe. Ich weiss nicht, ob sie so dumm ist, aber... Äh, gerade wieder nicht ganz ersichtlich. Wie viel Zeit habt ihr eigentlich? Eine halbe Stunde. Ja, mach auf da. Oder... Moment. Ich versuche nochmal... ...das Teil zu... ...zu unterbrechen. Vielleicht kommt denn wieder jemand runter. Wobei... Viel bringen würde es mir auch nicht. Glaube ich. Aber es kommt ja immer nur einer runter. Ne, es bringt mir ehrlich gesagt nichts. Hm. Hm. Ansonsten ist hier drin aber nicht mehr viel, ne. Ich könnte so oder so nicht mehr zurück, ja. Ne, ich muss jetzt das probieren. Dann sehe ich ja, was passiert, aber... Ne. Und kann ich jetzt? Türen öffnen damit. Nein, kann ich nicht. Okay. Gehen wir mal einen Besuch abstatten. Vielleicht, wenn es nicht gerade hinschaut. Ne, ich sehe, ich hatte keine andere Möglichkeit. Ehrlich gesagt. Hier wäre es wieder sehr praktisch, wenn ich mir... ...nen Tipp holen könnte, aber... ...kommt bestimmt wieder der Hinweis. Will, lass dich nicht erwischen. Okay, der hat das Ganze wieder... ...angemacht. Jaja, ist gut. Wer geht jetzt? Vielleicht hört sich dann auf die Tür oder so. Äh... ...wohl eher nicht. Doch, ich gehe rein. Hey, du! Netter Versuch. Ja, aber... Äh... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das ist der Raum, wo wir hin müssen. Aber wie bringen wir sie da weg? Ah, ist ja. Ja, wir spielen jetzt noch mal bis dahin. Wir spielen jetzt noch mal bis dahin, aber... ...dann habe ich wieder keine Chance mehr. Oder keine Idee mehr, ja. Äh, gehen wir weiter. Ich muss bestimmt noch was mit der Bombe machen. Glaube ich. Aber was? Das Einzige, was ich gesehen habe, wäre noch die Bombe zu ihr runterwerfen. Aber durch den kleinen Schacht da? Geht ja nicht. Oder... Hm. Vielleicht muss der Frosch einfach nur darüber hüpfen, zu ihr runter. Gar nicht die Bombe. Alles möglich. Und sie hat in Angst und verschwindet. Alles möglich. Ich möchte es eigentlich auch nicht unbedingt irgendwelche Stunden-Parts machen mit diesen Rätseln. Ja, dass ich an dieser Stelle hier schon so... ...so Probleme hatte. Ja, okay. Das... ...hab ich halt nicht überlegt. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. Halt die Klappe jetzt. Aber jetzt... Ja, bis zu diesem Zeitpunkt waren wieder alles logisch und konnte man sich zusammenreimen. Aber dann... So, mach auf da. So, der fällt da runter. Dann machen wir... ...das auf. Dann überspringen wir das. Das auch. Dann gehen wir wieder nach unten. So. Noch nicht hochgehen, bitte, ja? Oh, oh. Nein. Weil ich nichts gesehen habe. Ich war zu schnell. Okay, das war jetzt dumm. Das war jetzt dumm. Ja, 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 ja. Meine Güte, ey. Das wird echt heftig. Dieses Spiel, ne? Aber sagte Johnny nicht, er wisse, wohin wir müssen? Warum gehen wir nicht einfach da hin? Weil, ja gut, wir brauchen vermutlich die ganze Karte. Möglicherweise. Ja, 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 gut gemacht. Ist ja schon schön, wenn man das ein bisschen abkürzen könnte jetzt. Immerhin will ich das selbe tun. Wenn ich am Schluss die Mission nicht schaffe, wenn ich das Kack-Flugzeug nicht angemacht habe, dann bin ich ein bisschen sauer, muss ich zugeben. Ein kleines bisschen. So, gehen wir da runter. Äh, Verzeihung. Was mache ich, sobald ich da den Ventilator zerstört habe? Was mache ich dann? Nein, ja, nur. Es gab jetzt eigentlich immer nur einen Weg, den ich gehen könnte. Jetzt war halt dieser Raum da. Safe. So, mach auf da. Ja, ja, und weg damit. Kommt doch nicht auf die Idee, nach unten zu blicken oder so. Nö, nö. Selten der in den Jut. So, und dann da zur Tür. Dann gut, ja. Schwerstes Rätsel überhaupt. So, das war jetzt einfach nur dumm. Ich brauche mehr Zeit. Oder, ja, ich muss mir mehr Zeit lassen, sagen wir es so. Ja, 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 ist gut. Der kommt jetzt runter, das kann ich nicht mal skippen. Aber es geht immer nur einer weg. Und die olle Roaster, ne, die bleibt eh, wo sie ist. So, und jetzt noch nicht nach oben gehen, ja. So, jetzt ist die Tür zu. Was kann ich jetzt gegen? Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Irgendwann schafft er es ja. Hm. Wie komme ich da ins Zimmer von Rose rein? Wie, wie, wie? Komm, schneller machen. Schneller machen. Da nach unten. Dann hier rüber. Da zur Tür, zack. Und drin. So, vielleicht bimmeln. Gut gemacht. Ja, was soll ich mit dem eigentlich? Das Nächste, das ich nicht ganz begreife. Hier oben kann ich ja auch nichts tun, irgendwie. Ne. So, dann mache ich das Gefechtsgeschütz. Das Gefechtsgeschütz, ja. Mache ich das hoch. Dann will ich wieder auf die Brücke hochgehen. So. Was macht der andere Idiot eigentlich mittlerweile? Perfekt. Getimed. Stell dir das wieder an. Und fährt dann wieder hoch. Okay, dann kann ich wieder nach unten gehen. Man hört ja jetzt den Aufzug, oder? Was da so komisch klingt. Ja. Das war der Aufzug. Kann ich jetzt wieder ohne Probleme hier rüber? Das können wir eigentlich auch so lassen. Interessiert niemanden, dass sich das Teil schrecklich bewegt. Stört auch niemanden. Auch der Typ vorhin nicht. Nö. Wieder hochgehen. Und das Geschütz benutzen. Und dann stehe ich bald wieder am Ende meines Lateins. Der Frosch muss mehr als nur eine Bedeutung haben, glaube ich. Was könnte ich denn sonst noch in die Luft jagen? Nehmen wir das auf der Brücke vielleicht. So. Ja. Da zack. So. So halten. Drehen. Ja, es gibt, glaube ich, nichts weiter, das wir kaputt machen können. Außer vielleicht das Tor hätten wir schliessen können. Weißt du was? Das versuche ich gleich noch. Das versuche ich gleich noch. Wer weiß, vielleicht schliessen die dann das Tor oder so. Möchte ich versuchen kurz. Wer weiß, was wir alles machen können und tun sollen. Damit die mich nicht einsperren können. Oh, das Rose-Symbol. Vielleicht ist es auch das. Dass dann Rose ein bisschen persönlich nimmt, wenn ich das zerstöre. Werde es gleich sehen. Ist bloß eine Idee. Oh ja, nicht zu langsam. Ja. So. Hoch. Und Feuer. Okay. Okay, das war scheinbar auch wichtig. Okay, Moment. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal das Ding betätige? Kann ich nicht mehr, weil kaputt. Okay, dann kann ich jetzt da rein. Dann nehme ich den Frosch mit. Legen die Bombe darüber. Und dann, wie gesagt, weise ich nicht mehr weiter. Dahin. Ablegen. Und weg gehen. Okay. Dann gehen wir da hoch. Mach auf. Okay, sehr clever. Äh, wo ist meine? Da. So, dann würde ich gerne wieder nach unten fahren. Na ja, zack. Um den Typen noch zu verwandeln. Nicht, dass der irgendwann wieder zu sich kommt. Ja, und dann ist guter Rat wieder teuer. Nein, was mache ich denn da? Kannst doch durch die Tür durchgehen, du Idiot. Aber wie gesagt, ich könnte die Maschine immer ausmachen. Aber es bringt mir ja in dem Fall nicht viel. So. Den Typen schnell verwandeln. Ich sagte schnell verwandeln. Dann muss ich hier noch irgendwas verwandeln oder so. Nein. Übersehe ich hier in diesem Raum was? Hm. Ich habe hier nur alle ausgeschaltet. Aber was dann? Was dann? Was könnte ich sonst noch kaputt machen? Ich muss ja sie irgendwie da wegbringen, oder? Alles andere ist jetzt nicht so toll. Es geht auch nur immer einer weg von diesem Typen da. Um nachzuschauen, was da los ist. Selbst wenn ich die drei jetzt ausschalten könnte. Was dann? Was dann? Hm. Hier runter. Hm. Ich scheuchte mal zu ihr rüber. Ja, oh mein Gott. Jetzt ist sie... Gut gemacht, Boss. Ich muss mich beeilen vermutlich, oder? Hoch da. Wir starten jetzt die Maschine. Nein, machen wir nicht. Doch, machen wir. Wenn ich dann flüchten muss. Wir können uns auf jeden Fall nicht mehr einsperren. Die Maschine läuft. Und ja. Ach schon. Ich weiss nicht, wie lange der Frosch da aktiv ist. Ich glaube, über den Flügel kann ich nicht flüchten. Dass ich da jetzt noch irgendjemand was machen sollte, oder so. Doin, doin. Beweg dich! Ich hoffe, der Frosch ist noch da. So, schneller. Beeilung. Beeilung. So, da wieder da rein. An dem Typ wieder vorbei. Kurz reinblicken. Ja, alles gut. Sie holen uns einfach die Schatzkarte. Und verschwinden dann. Raus da. Geh doch raus. Einfach verschwinden. Okay, jetzt vorsichtig sein. Ekelhaft. Natürlich blickt sie darüber. Hä, was? Oh oh, wo lang jetzt? Die Karte ist weg! Matrosen, meine Karte wurde gestohlen. Sie müssen noch an Bord sein. Föne ziehe und bring mir meine Karte zurück. Oh oh. Na los! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wurde schneller. Vielleicht ist hier bereits jemand. Ich gehe unten durch. Karte. Da ist einer im Lift. Die gehen jetzt nach oben. Warum gehen die nach oben? Okay, ich kann jetzt zum Lift gehen. Jetzt machen sie das wieder zu. Jetzt schliessen sie aber das. Können sie aber nicht. Sie können es nicht schliessen. Oh Gott, jetzt sind sie genau... Oh Gott, jetzt sind sie genau hier. Shit. Wobei... Der eine Typ da, der muss weg. Der steht da auf der Luke. Wie komme ich jetzt da hoch? Mit dem Aufzug nicht. Scheiße. Okay, jetzt zu entkommen ist ein bisschen heftig. Vielleicht doch von hier. Ich mach das einfach nochmal. Vielleicht kann ich doch den Rückweg antreten. Ich weiß nicht, dass das auch nicht geklappt. Runter. Interessiert wird jetzt irgendjemanden. Scheinbar nicht. Verdammt. Okay, ich kann auf jeden Fall da hin und dann da hoch. Ich hoffe, der eine Typ sagt, der sieht mich dann nicht. Ja, das ist das einzige, was ich probieren kann. Das einzige, was ich probieren kann. Und zurück den Weg. Wer eilt dich? Geh doch durch die Tür durch. Wenn das jetzt nicht geht, dann hab ich ein Problem. Muss ich das Ganze nochmal machen. Aber es ist ja nicht viel, was man machen muss, ne? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Ist das hier über ihr? Oh, ich wette, sie hat mich gehört. Wenn ich erst jetzt den Motor angemacht hätte, oder? Das kann sein. Huch. Und dann ganz leise. Komm schon, das reicht, oder? Rein da. Und Vollgas. Fahr doch! Fahr doch! Yes! 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 Ja, hätten wir den Motor nicht gestartet, hätten wir zu lange gebraucht. Und hätten wir das Tor nicht aufgeschossen, hätte es auch nicht geklappt. Leute? 1A-Rätsel. 1A. Fantastisch. So was ist stark. Sie haben sich die Karte geholt. Sie, sie haben es gewagt, hierher zu kommen und sie einfach wegzunehmen. Tja. Wie du mir, so ich dir. Nohoho! Das ist ja dann so witzig. Also, wieder zurück zur Burg, hm? Die Burg ist angeblich sehr alt. Die ist auf jeden Fall sehr alt. Und es gibt Hinweise zu diesem Ort auf der Karte. Überall schaurige Geister, die noch schaurigere Dinge tun. Und nur so drauf zu warten, über unvorsichtige Abenteurer herzufallen, oh herrje. Äh. Ey, nicht schon wieder. Johnny, beeilte dich doch mal. Herzlichen Glückwunsch zu einem gelungenen Beutezug, Seehasen. Als Belohnung für euren waghaltigen Mut, werde ich euch dieses Mal noch gehen lassen. Der Schatz, zu dem die Karte gehört, ist sowieso nur ein Haufen Plunder. Strengt euch ordentlich an. Gebt euer Bestes. Und wer weiß. Vielleicht bekommt ihr ihn ja. Nohohoho! Ja, sei still. Ja, lass jetzt das Schiff ganz. Immerhin haben wir noch so ein kleines Flugzeug bekommen. Oder auch nichts. Stellen Sie sich das etwa untergehen lassen vor? Ja. Na, wir haben die Karte wieder. Das ist ja wirklich ein fantastisches Rätsel, Leute. Ich denke, ich war auch gar nicht mal schlecht. Ich habe nichts verwendet, natürlich. Weil, wie gesagt, es war relativ kurz. Super Held! Es war ein relativ kurzes Rätsel. Wenn man weiß, was tun. Trotzdem waren jetzt das wieder 50 Minuten. Fantastisch. Shit. Ich darf nicht so lange Parts machen. Na gut, und unser Freund ist auch wieder zurück. Deswegen sagt ihm noch kurz Hallo. Wenn ihr schon da sind, ich meine. So, wie sieht es aus, mein Freund? Kopf hoch. Ich habe noch Schlimmes erlebt. Bla, bla, bla. Du hast auf jeden Fall was gefunden. Nur eine Kiste, aber besser als nichts. Ein... Die zornige Rose. Ein schönes Bild. Diese Bilder und so werden wir uns dann alles mal am Schluss anschauen, glaube ich. So, wo kannst du denn noch hingehen? Was ist denn noch auffällig? Ich würde sagen, da oben ist so... Steht ihr das jetzt zwischen den Ohren des Hasen da? So eine Schneeflocke. Geh mal genau dahin, bitte. Ah. Genau genug, würde ich sagen. Genau genug. Ich habe kein Geld gefunden in diesem... Abschnitt, glaube ich, oder? Schade. Schade, schade, schade. Okay. Du gehst auf Schatzsuche. Und ich würde sagen, Leute, für heute war es das mit Zack und Wiki nach einer wirklich, wirklich coolen Mission. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.